Schönes Duell! Schönes Duell! Digga, wie schnell bist du auf der Geraden, Tommi? Was ist denn das? Boah, die Mau! Was passiert? Die Mau! Oh, 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 oh! Boah, hat er gut zugemacht, die Kurve, Digga! Die Geilheit 95! Hat er mich gut geschnitten? Ich schwöre Simon, ne? Simon, Alter, ich schwöre so asozial, ne, Dick? Was denn? Ich lass Tommi nicht vorbei! Lass die Ferraris hin und weg dich! Arschloch, Alter! Die Zeit ist vorbei, wo sich Team Haas verstecken muss! Die Zeit ist vorbei, wo sich Team Haas versteckt, zeig ich dir, wie es ist! Ja, jetzt ist es vorbei, jetzt hast du es! Ferrari kann sich hinten anstellen, Mercedes kann sich hinten anstellen! Alter! Ey, Tommi, du ab! Alter, Tommi, das ist ja... Alter, dein Wichser! Was ist, was ist los, hä? Was denn, Team Haas? Was denn los? Was denn? Was ist los? Da hab ich so ne Krawatte! Wow!